Einen wunderschönen guten Abend, Köln Arkaden. Gehen Sie euch gut, Horst? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist unsere letzte Show heute hier. Leider. Aber wir haben ein volles Programm, deswegen es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß machen. Sehr bunt, sehr schön, sehr interessant. So, ich würde sagen, Ethan, du kommst direkt mal auf die Bühne. Zu mir ein riesen Applaus für den Initiator hier auf diesem Projekt. Hi. Mal eben ganz, ganz schnell nochmal erklären, warum Charity Steps. Okay. Ich wollte schon immer als kleines Kind irgendwas für arme Kinder machen oder stärkere Kinder machen. Und schon heute will ich das machen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit dazu. Sehr gut, sehr gut. Wir bedanken dir auf jeden Fall für diese tolle Idee. Sehr, sehr tolle Künstler auch hier mit mir zusammen. Und deswegen würde ich sagen, mach mir einfach direkt eine Show. Mit deiner Single machen wir den Opener. Richtig. Okay. Ja, aber ich brauche dabei Hilfe. Hilfe vom Publikum, ne? Ja. Sing O. Und Sing A. Okay, das heißt, wenn der Ethan euch nach hier kommt und sagt Sing O, sagt ihr Sing O. Sing O. Bei dieser Seite, wenn ich Säufel und das Büro von Zäufel schreit, schreit ihr Sing A. Und ich gebe euch, bevor ich das mache, nochmal ein Zeichen für Sie, dann ungefähr so auf. Okay. Ihr werdet es auf jeden Fall schaffen. Ihr da unten müsst genauso mitmachen, wie die hier unten auf jeden Fall. Deswegen, los geht's mit der Show Charity Steps 2011. He's that. Oh. 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 Oh.